Hallo zusammen, hier ist wieder Deutschler und heute bin ich wieder für euch in Battlefestes unterwegs. Und zwar sind wir jetzt mal auf der Horden-Seite und wollen uns die ganze Geschichte im Marathi-Hochland bzw. mit den Warfronts angucken. Und ja, ich habe mir ja vorhin gerade das auf Allianz-Seite angeguckt und zwar quasi die Seite, die nicht die Warfront hat, sondern das Ganze außenrum im Marathi-Hochland, was man da so alles machen kann, was Quests, Rares, Epics und alles mögliche beinhaltet. Schaut da gerne das erste Video von der Allianz rein, da seht ihr das alles. Jetzt hier im zweiten Video wird es quasi darum gehen, ja, erstmal wie wir hinkommen zum Marathi-Hochland bzw. dann wahrscheinlich auch die richtige Warfront, die werden wir einmal spielen und uns das angucken. Und alles startet jetzt hier erstmal in Darza-Aloa und dort kriegen wir zwei Quests und fünf Millionen, ja, Daily-Quests, wobei ich hier schon etwa fünf, sechs gemacht habe, also es waren vorher noch mehr. Und wir haben jetzt eine Quest, die ich abgeben kann, die ich schon angenommen hatte, von zwei normalen Quests, und zwar, dass man einmal was spenden muss, das geben wir jetzt ab, und wir kriegen hier quasi dann nochmal Ruf für die Eidgebundenen. Und bei dem, also die Quest, die ich jetzt hier machen musste, dass ich einfach bei dem hier oder bei einem von den Typen quasi was spende, und das habe ich getan. Und wenn man was spendet, bekommt man auch quasi Ruf von den Eidgebundenen. Also jetzt schauen wir mal, hier muss man irgendwelche Handwerksmaterialien spenden, beziehungsweise man konnte auch Gold spenden, Kriegsressourcen konnte man auch spenden und alles Mögliche. Und für jedes von diesen Spenden gibt es quasi Ruf. Und es gibt auch einen großen Kristall. Ich kann jetzt mal gucken, da sieht man es vielleicht genau. Also ich habe immer 500 Azarit-Macht oder Artefakt-Macht bekommen und 150 Ruf bei den Eidgebundenen. Und dementsprechend, ja, habe ich da schon ein paar abgegeben. Und man könnte theoretisch jetzt von jedem Beruf das Zeug herstellen oder kaufen, um noch mehr Zeugel abzugeben und würde dann wahrscheinlich hier von der Azarit-Macht relativ weit kommen. Ist jetzt aber erstmal nicht Teil des Videos, dass wir da jetzt mal alles hochbuschen. Das kann ich ja dann später irgendwann mal nachgucken. So eine Randinformation, bei der Allianz hatte ich es nicht gefunden. Und ich denke mal, das kann man wirklich nur machen, wenn man die Warfront an sich hat. Nehme ich jetzt mal an. So, wir nehmen jetzt aber die Quest an, die uns zur Warfront bringen soll. Und jetzt quatschen wir mal hier mit ihr hier. Und die portet uns einmal ins Arati-Hochland. Soweit war es bei der Allianz auch. Quest annehmen, wir werden hingeportet und haben dann ein bisschen eine Erkundungsquest bekommen. Mal gucken, ob ich jetzt hier auch mir die Mine bzw. einmal das Holzarbeiterlager quasi anschauen kann oder darf. So, wir sind jetzt einmal im Arati-Hochland. Jetzt können wir natürlich auch wieder fliegen, was wunderbar ist. Und wir können gleich bei dem Typen hier die Quest abgeben. Wie geht's? Ja, ganz gut eigentlich. So, jetzt müssen wir zum Flugtypen. Das war beim anderen auch der Fall. Das scheint schon mal einigermaßen gleich zu sein. Und jetzt sehen wir schon mal, wir haben hier zwei Basen. Und zwar einmal, das ist die Horden-Base und da hinten ist die Allianz-Base. Und bei der Allianz-Quest war es halt auch so, dass wir einmal uns die beiden Hauptspots angeguckt haben. Quasi einmal, ja, wie gesagt, die Mine und die Dings hier, das Holzarbeiterlager. Und hier sind wir jetzt auch wieder und kriegen so ein bisschen den Überblick verschafft zu dem Ganzen. Und unser Lager brennt aber komischerweise. Also da sollte man vielleicht irgendwas, da sollte man vielleicht irgendwas gegen unternehmen. Und ihr seht hier, wir haben auch schon Rares hier auf der Map. Es gibt hier sehr, sehr viele Rare-Mobs, die man dementsprechend umbatschen kann. Und einige droppen auch Mounds, beziehungsweise ich habe auch epische Teile gekriegt, die 340er Item-Level waren. Also die Rares hier zu campen macht durchaus Sinn. Beziehungsweise campen ist jetzt vielleicht der falsche Ausdruck, weil man schlichtweg nur einmal, also das sind halt Rare-Mobs, die kannst du nur einmal umhauen und dementsprechend dann wahrscheinlich erst am nächsten Tag wieder. So, jetzt müssen wir einmal zur Mine gehen. Das ist soweit das Gleiche wie bei der Allianz. Und wir dürfen auch einmal hier zum Holzarbeiterlager rübergeben. Das scheint anscheinend auch das Gleiche zu sein. Das komische ist, dass unser, ja gut, wir sind die Fraktion, die quasi das Lager dann aufbauen darf. Deswegen ist unser Lager quasi einmal zerstört und da sind so Geister drin. So, das haben wir auch. Jetzt müssen wir wieder zurückfliegen. Und bis jetzt scheint es genauso wie bei der Allianz zu sein. Halb los. Spiegel verkehrt. Jetzt sind wir natürlich nicht in der Allianz-Base unterwegs, sondern in der Horden-Base. So, und jetzt haben wir hier die Kriegsfronten quasi freigeschalten. Und wir müssen das Portal zurücknehmen. Der Unterschied bei der Allianz war jetzt hier, dass wir, ja, dass wir dann noch etwa fünf oder sechs Quests bekommen haben, wo wir unter anderem auch Epic-Loot gab bei einer Quest. Also sprich, soweit ich das jetzt verstanden habe, ist die Fraktion, die nicht die Warfront spielen kann, ja, das interessiert uns nicht, also die Fraktion, die nicht die Warfront spielen kann, hat Quests, ne, und kann da sich ein bisschen Gear beschaffen, hat auch den World-Boss, der 370er-Gear droppt. Ich habe vorhin den mit dem Allianzler umgehauen und das war nicht so verkehrt, muss ich sagen. Das war nicht so verkehrt. Ich habe keinen Loot gekriegt, aber ein paar andere Spieler hatten Loot bekommen. So, hier ist jetzt aber auch noch die Warteschlange und ich kann jetzt anscheinend nicht reincuehen, so wie es scheint. Schade. Ähm, nichtsdestotrotz kann ich jetzt hier mit ihr zurückporten, oder? Ich hatte jetzt eigentlich vermutet, dass wir hier Q'en können, wenn die Warteschlange fertig ist. Äh, weißt du was, ich glaube, dass das hier hochgeht, wenn wir Sachen abgeben. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Ich dachte jetzt eigentlich, dass ich es hier spielen kann. Das ist sehr, sehr schade an der Stelle. Jetzt würde ich aber sagen... Ach, kann ich mich mit ihr gar nicht zurückporten? Okay. Ach so, okay. Sie sagt jetzt, dass das Portal zu gefährlich zum Reisen ist. Tja. Also man kann die Warteschlange hier quasi erst beitreten, wenn wir genug Prozente haben. Und das war bei der Allianz auch dran gestanden. Und dementsprechend, ähm, konnte man dann erst losstarten. Jetzt ist es, jetzt ist es ehrlich gesagt ein bisschen schade, dass wir da gar nicht los können. Denn, ähm, bei der Allianz, wenn ihr mal das Pardon hier seht, hat man ja quasi auch hier einmal den Tisch. Da sind wir auch bei 6%. Hordenbeitrag. Ach so. Weißt du, was ich glaube? Ähm, dass die Horde ihr Ding erst spielen kann. Ähm, wenn das hier auf Max ist und die Allianz quasi nur das Ding hier spielen kann. Ich kann mich mit dem rüberporten, aber das hatten wir ja schon im Allianz-Teil. Das ist jetzt schade. Ich dachte, ich kann die Warfront direkt spielen. Dann werden wir wahrscheinlich da nochmal ein extra Video draus machen. Jetzt habt ihr zumindest mal hier gesehen, wie das mit dem Abgeben funktioniert. Also du hast hier wirklich von jedem Beruf einen Händler dastehen. Und hier waren ein paar, die allgemeine Sachen genommen haben. Jetzt schauen wir mal, haben wir hier? Ne, das sind auch Tränke. Also sprich, kann man wahrscheinlich hier, wenn man Kriegsressourcen abgibt, das ein wenig beeinflussen. Und, ähm, sieht dann ein wenig, wo man dementsprechend, ähm, ja, sieht dann dementsprechend, wo man steht, wenn man hier auf den Tisch klickt. So, jetzt kann ich euch aber nochmal ganz schnell was zeigen mit den Mounts. Falls ihr den Alli-Teil nicht gesehen habt, ähm, können wir mal hier Arati eingeben. Wir haben nämlich insgesamt fünf Mounts, beziehungsweise es sind eigentlich sechs Mounts. Es sind vier, die beide Fraktionen kriegen. Und dann jeweils ein Mount, was nur eine Fraktion kriegen kann. Heißt, ähm, ja, die Allianz hat hier halt einen anderen Gaul, der aber fast genauso aussieht, ja. Also wir haben halt hier diesen schnellen Albino-Raptor. Dann haben wir hier Düsterschwingen der Bleichborken, den Esel. Dann hier den Hochlandmustan und dementsprechend Schädelreißer. Und ich kann euch mal zeigen, wo die auf der Map sind. Dass wir das auch in dem Video teilhaben, dass der nicht ganz so kurz ist. Wie gesagt, ich bin jetzt eigentlich davon ausgegangen, dass ich die Warfront spielen kann. Ist jetzt ein bisschen schade an der Stelle. Und zwar haben wir, ähm, hier hatten wir einen Mountboss. Und hier oben, da ist, da ist der, glaube ich, hier ist der mit der Fledermaus, den wir eben gesehen haben. Hier ist der mit dem weißen Raptor, den ich eben bekommen habe. Dann haben wir hier einen Mob, der dementsprechend, hier diese, dieser rote Raptor, war das dort. Moment, das ist der hier, der Schädelreißer. Der war quasi dort einmal, wie gesagt, im Allianz-Teil seht ihr es vielleicht nochmal ein bisschen ausführlicher. Dann, ähm, dass ich es nicht vergesse. Genau, hier auf dem Hof war noch einer. Das war aber der Allianz-Typ. Ich nehme mal an, dass der Horn-Typ dann da auch irgendwo in der Gegend ist. Weil einen anderen Rare-Mob hatte ich nicht gesehen. Und den letzten, ja, wo war der letzte? War der hier oben? Bin mir jetzt nicht mehr hundertprozentig sicher. War der irgendwo da hinten? Warte mal, eins, zwei, drei, vier. Ich meine, der war hier oben, ne? War hier der fünfte bei, bei dem Hof. Ich bin mir jetzt aber nicht mehr so hundertprozentig sicher. Wie gesagt, ich werde da aber nochmal einen Mount-Guide raushauen. Und wenn ich dann die Mounts soweit habe, dann kann ich das nochmal ein bisschen genauer erklären. Schaut mal nochmal in den Allianz-Teil rein. Wenn euch das näher interessiert, da konnte ich ein bisschen mehr machen, weil die quasi die Zone kontrollieren und dementsprechend da ein paar Quests haben. Ja, das war's so mit dem Video. Ich hoffe, der ein oder andere hat jetzt so einen kleinen Überblick. Wie gesagt, für die Warfront mache ich dann nochmal ein extra Video, sobald man die spielen kann, sobald wir hier genug Prozente haben. Und dann werde ich mich auch nochmal draufstürzen, die ganzen Mounts zu sammeln. Und ich werde euch da auch nochmal ein kleines Video basteln, dann seht ihr das vielleicht ein bisschen genauer. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Euer Jela. Ciao. Ciao.